So, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute vor, ein paar Jägerstände anzulaufen und einfach zu analysieren, wie die so gebaut sind, was die aushalten. Ich werde auch natürlich auf jeden hochklettern. Ich habe vier vor. Und hinter mir, damit ihr meine geografische Orientierung habt, liegt Lachweiler. In die Richtung liegt Geiselhardt. Und darüber die Richtung liegt die Hegenheule. Ich habe mich jetzt auf den Weg zum ersten Jägerstand begeben. Allerdings werden wir jetzt noch mehr machen da. Bin mal gespannt, was man so machen kann. Vielleicht Leute abwerfen mit Schneebellen von oben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe schon ein paar Schneewelle vorbereitet. Wunderschöne Aussicht hat man hier, wie man sieht. Und ich habe vier große Schneewelle schon vorbereitet. Also dann legen wir uns mal auf die Lauer. Einerseits irgendwie schon leicht, hier oben zu hocken. Andererseits dauert es recht lang, bis sich jemand mal endlich blicken lässt. Und ich habe das gerade richtig gehört. Und der Schatz, der kommt gerade. Ich habe ein richtiges Problem. Also los geht's. Erster Schneewelle. Der ist da drüben. So ein Dreck. So ein Dreck. Ich kriege sie. Und runter. Hasi Hund. Sie sind mal komplett rübergeschnappt. Und nehmen Sie das. Jawoll, der hat es verdient. Oh, ich will die Leiche hochkommen. Sitzt ihr gut? Ah. Genau. Getroffen auch noch. Perfekt. Und schuldige Bürger auch noch verletzt. Kein Problem. Also, dann laufen wir, glaube ich, mal den zweiten Jägerstand an, bevor der sich wieder aufröppelt. Also, bis gleich. Ich bin jetzt hier am zweiten Jägerstand. Aber ich weiß nicht, ob der offen ist. Das ist wie so eine Kabine, wenn wir jetzt raus sind. Allerdings, wenn er nicht offen ist, dann heißt es Verwüstung des Eigentums. Also, let's go. Oh, nur ein Riegel. Perfekt. So wollten wir das sehen. Oh, wunderschöne Aussicht. Bester Sessel. Was will man mehr? So, also, wenn ich schon die Möglichkeit habe, in so einem gemütlichen Jägerstand mal zu hocken, warum dann nicht eine längere Zeit? Gevrät. Wunderschöne. Weitere Musik. Die Tour. So. So, meinst du? So, meinst du? also wie man sehen kann bin ich jetzt am dritten jäger stand angekommen ich bin mir langsam nicht mal mehr sicher ob ich noch einen vierten macht oder ob es überhaupt noch einen vierten in der gegend gibt ist das deren ernst ich kann damit der hand hoch lang einfach war habe ich geöffnet nein also klemm ich mir finger ein über gemütlich der standard halt eben hier wird man nicht lang holzklasse typisch es geht so es geht richtig schlecht richtig richtig schlecht und mal ganz ehrlich wozu braucht der hunzel hier einen teppich ihr wisst wenn es schnee gibt dann muss man ihn genießen jetzt heißt es kann auch für euch macht's gut bis zum nächsten mal